Ja okay, Jugendliche habe ich halt auch Vollgas trainiert, schon vier, fünf Stunden am Tag. Die Frage sind, welche Titel hast du erreicht? Titel war ich mehrmals ungarischer Meister im Jugendbereich. In Ungarn war ich Nummer zwei, war das beste Ranking in Ungarn. War ich in der Levis-Kopf-Mannschaft, in der Nationalmannschaft. Also haben wir einen Trainer hier in unserem Club, der wirklich schon viel erreicht hat. Und wo ich sehr stolz drauf bin. Und unser Präsident ist sehr stolz drauf, wir demnach auch. Ich sowieso, weil er hat ja meinen Sohn groß gemacht.